Nee, nee, nee. Irgendwas ist hier. Gut, dass mich das Viech in Ruhe lässt. Kann ich hier auch? Ja! Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Muss kurz wechseln. Viecher, lasst mich in Ruhe. Jetzt geht die Scheiße weiter. Ah, hier ging es noch rum. Wow! Shit! Lemon! Boah! Gib's ihm! Oh, nee, nee. Sogar im Aufzug. Fuck! Das hat das Viech nicht überlebt. Ich muss in seinem Blut baden. Nur so werden wir stärker. Das gibt's jetzt viel. Schwarz! Ich hab's geschafft. Puh. Archiv. Das Untergrundlager war ein furchteinflößender Ort. Und ich hatte keine Idee, wo oder was ich suchen sollte. Aber ich wollte nicht daran denken, dass meine Bemühungen nichts brächten. Da ist das Viech wieder. Ich geh kaputt. Noch so eine dämliche Passage. Erstmal pumpen. Müssen wir mit der Scheiße irgendwie klarkommen. Okay, ich lass mir am besten die ganze Zeit den Weg anzeigen. Ihr könnt mich mal sowas von am Arsch lenken. Okay, okay, okay. Okay. Okay, dann geh mal hier hoch. Schön, 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 schön. Und jetzt? Hier denke ich weiter. Ich leg mich nicht mit den Viechern auf. Auf gar keinen Fall. Ich bin viel zu stark. Toll, toll, toll. Ist hier nix? Der Typ. Da komm ich aber nicht hin. Hm. Oh, shit. Sieht irgendwie noch frisch aus. Guck mal, ein bisschen dran knabbern. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Gut. Gut. Ich muss runter zu dem Viech, oder? Oh, Gott. Das scheint richtig zu sein. Oh, 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 oh. Geh hier. Ja, mal so ein bisschen orientieren. Boah, gut, dass ich denn hier runtergeflogen bin. Geht hier schrien. Boah, was für eine Spannung. Die Viechen kriegen mich aber auch nicht. Hoffe ich zumindest. Das sieht mir noch nach dem Archiv aus. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Okay, wo suchen wir jetzt? Nichts. Nichts. Mach noch mehr Krach, damit die Viecher kommen. Nichts. Irgendwelche Liebesgeschichten. Die müssen verfilmt werden. Woher weißt du, dass das schwarze Boot ist? Ist es nicht. Ah. D6. Ja, wir haben's. Kein Viech, das uns Hallo sagt? Ich hatte die D6-Dokumente gefunden, aber Miller war nicht zurückgekehrt. Ohne seine Hilfe war ich mir nicht sicher, ob ich lebendig aus der Bibliothek herauskam. Aber alles hing davon ab. Das wird schon funktionieren. Boah. Für das überleben, wir müssen's einfach schaffen. Oh shit Diesmal kann ich nicht gerettet werden Oh, okay Anscheinend schon Auf die Sekunde genau Ich hatte Zweifel, um ehrlich zu sein Hast du etwas gefunden? Okay, steig auf Wo geht es denn hin? Zur Kirche, Artyon Klingelt es bei dir, wenn du den Namen Kahn hörst Er hat uns geholfen, dich zu finden Ich weiß noch immer nicht, wie er das geschafft hat Hey, wie war das, wo er verschlosset? Klar, machen Sie sie an Damit die Viecher auch schön zu uns kommen Da wären wir Dies ist der erste und bislang einzige menschliche Außenposten hier oben Spartas Außenbasis Zieh dich um In der Zwischenzeit schaue ich mir mal die Dokumente an, die du mitgebracht hast Oh yeah, immer noch mit der Karte bewaffnet Im Schockzustand Erstmal Wie am Wackeln ist Sieht mir mehr aus wie eine Garage als eine Kirche Oh mein Gott Geht es auf den letzten Kampf zu? Boah, ich nehme alles mit Boah, was für eine Auswahl Und ich wollte mir das Ding vorhin kaufen Hier liegt es Cool, 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 cool Oh mein Gott, ist das geil Ist ja wie Weihnachten Danke Sog wie dieses findest du in der Metro nicht Modernste Militärausrüstung Ja, das ist wohl wahr Das Ding fand ich scheiße Das Ding hab ich ja gesagt noch nicht getestet Deshalb nehmen wir es mal mit Okay, was geht ab? Oh, Holzhacken? Hallo Artyom Hier ist nicht viel Nützliches drin Hauptsächlich Andeutungen Immerhin der Weg zu D6 Dann ist das also unser Ziel Bereit? Voll ausgerüstet Los geht's Wie sieht es aus? Ullmann Ist alles bereit? Das Brennholz ist fertig Wladimir Die Ausrüstung ist bereit Und ihr Leute? Bereit Dann steigt auf Okay, frisch ausgerüstet Bewaffnet Bis an die Zähne Es ist das Verlies Der alten Kirche Rein Gut Zeit den Offen anzuwärmen Dunkler Tunnel Klappernde Räder Und der Geruch des Todes So begann unsere Reise Zu D6 Aber unser Ziel Schien jetzt näher Perfekt Ha Der Karte nach Führen mehrere Wege Zu D6 Der nächste davon Führt durch die Gebäude Bei der Kiewskaia Das versuchen wir Kiewskaia Über diese Station Habe ich seltsame Dinge gehört Es gab eine Explosion Im Tunnel Und viele Leute Wurden lebendig begraben Angeblich haben sie überlebt Sind aber keine Menschen mehr Es soll auch etwas seltsames In diesen Tunnels Gesichtet worden sein Eine Art Nebel Hm Vielleicht eine Anomalie Natürlich Wer würde das auch schon glauben Vladimir hat seine Familie In den Tunnels verloren Und er kann sich nicht erinnern Was passiert ist Artyom Was ist los Artyom Hey Leute Mit Artyom stimmt was nicht Das ist der Vodka Der Pilz Vodka Scheint irgendeine Vision wieder zu sein Da ist dieses Viech wieder Kann ich mich nicht umdrehen Ich denke ich habe mich richtig Entsch-entschieden Merkos Und gleicher Moniak Du blendest ihn Artyom Bist du ok? Also Du hast uns echt erschreckt Artyom Was war das? Kannst du aufstehen? Was für ein kranker Mist Glaub aber nicht Dass es in der Zwischensequenz gerade Irgendeine Entscheidung gab Die Steuereinheit ist verschmettert Alle Drähte sind abgeschnitten Scheiße Ich wusste doch Dass alles zu glatt läuft Vlad Wir müssen diese Tür öffnen Artyom Du bleibst hier Und gibst Rückendeckung Wir brauchen keine Überraschung Achtet auf eure Kehrseiten, Jungs Okay, hier sind wir auch schon Ich glaube, es ist wie eine P90 Das erste Diagramm Ullmann Schauen Sie her Erst verbinden wir die Drähte Dann auf mein Zeichen Legen wir die Schauter ruf Flammenwerfer-Action? Drei Zwei Uh, da bin ich dabei Oh, komm Artyom An die Waffe Schon dran Was auch immer passiert Ich werde kämpfen, sterben Werdet gegrillt Wow Renn Voll, überhitzt Werdet Werdet Werdet